Ebenso möchte ich jetzt auf die Bühne bitten, unseren Meisterarchitekten und meinen guten Freunden Frank an. Frank! Frank! Ach du Scheiße! Denn damit wir genug Platz für unser Luxusressort haben, müssen wir das alte Herrenhaus meiner Familie abreißen. Wir haben die Sprenganlage jetzt scharf geschaltet. Eine Minute noch. Scheiße. Wirklich war ein Tod. Nicht so gut. Jetzt schau ich mir! Frank? Frank? Versteckst du dich vor mir? Noch mal einer sagen. Ich hätte nicht alles versucht. Scheiße! Schraubom! Versteckst du dich? Viele von Dahmer. oa